Für den Dachfensteranschluss schneiden Sie die Unterdeckbahn auf Maß des Montagerahmens mit einem Y-Schnitt ein. Klappen Sie die Seiten zurück. Passen Sie den Montagerahmen ein. Beachten Sie dabei bitte die Anleitung des Dachfensterherstellers. Schrauben Sie den Montagerahmen fest. Legen Sie den Dämmrahmen ein. Passen Sie den Dachfensterrahmen auf den Montagerahmen an und schrauben Sie ihn ebenfalls fest. Fixieren Sie die Unterdeckbahn am Montage- und Dachfensterrahmen. Schneiden Sie die Unterdeckbahn ca. 3 cm oberhalb der Oberkante des Dachfensterrahmens ab. Verkleben Sie die Ecken mit kurzen Stücken SIGA-Wegluf. Beginnen Sie mit der Verklebung am tiefsten Punkt. Verkleben Sie rund um die Unterdeckbahn regensicher und winddicht an den Dachfensterrahmen. Schützen Sie die Durchdringung zusätzlich mit einem Abweisblech. Mit Wegluf 60 lässt sich das Abweisblech einfach und schnell regensicher verkleben. So sieht's aus. Dachfenster winddicht verklebt mit Wegluf 60. Dachfensterrahmenie Bis zum nächsten Mal.